Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute, tschala, und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir uns nur als Necroloader spielen können, und zwar den auserwählten Taurulus. Den kriegen wir nämlich über ein Achievement hier in der Monstrositätenfabrik, aber ich würde sagen, wir gucken uns als erstes einmal den Gaul an. Auserwählter Taurulus wird einmal hier gelernt, und dann suchen wir auch mal raus, auserwählter Taurulus. Das ist quasi hier dieses schicke Mount, komplett ohne Panzerung, in weiß gehalten, würde sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein schickes Viech. Mit Panzerung sieht es natürlich immer noch ein Stück geiler aus, den gibt es natürlich auch wie alle anderen Taurulusse mit Panzerung auch. Jetzt würde ich aber sagen, wir gucken uns jetzt mal an, Taurulus, mittlerweile habe ich sechs von fünf Tauralussen, und ihr seht, hier gibt es dann auch hier unten nochmal die Version in der Farbe auch mit Panzerung. Und dementsprechend, ja, in der Tradition bleibt sich das gleiche, es gibt immer eine Non-Panzerungsvariante und dann eine Panzerungsvariante. Wenn ihr die anderen Mounts auch noch haben wollt, dazu habe ich selbstverständlich auch schon Videos gemacht. So, was müssen wir jetzt tun, um hier dieses Achievement, beziehungsweise erstmal das Mount zu bekommen? Wir müssen ein Achievement abschließen, und zwar das Achievement, monströse Montage, und für dieses Achievement müssen wir jedes der folgenden Konstrukte durch die Kunst der Monstrositätenfleckerei bauen. Wie funktioniert das jetzt genau? Wir brauchen als erstes die Monstrositätenfleckerei, die könnt ihr bauen, wenn ihr im Sitz des Premiums als Necrolord einmal Mana und Seelen investiert, und dann bastelt ihr die hoch. Ja, pro Stufe braucht ihr mehr Seelen und ihr braucht auch mehr Anima. Auf Stufe 1 könnt ihr dann eine Handvoll dieser NPCs bauen, indem ihr einfach bei dem Kollegen hier drüben Rattan ein paar Quests annehmt. Da müsst ihr dann hier, ja, an dieser Monstrositätenfleckerei quasi auf so Seelen klicken und könnt dann einfach diese Seele nehmen. Ihr braucht ein paar Ressourcen, die ihr von ihm am Anfang bekommt, und dann könnt ihr ganz easy an dem Tisch hier diese Seelen zusammenflicken. Ihr könnt die hier nur sehen, wenn ihr sie quasi noch nicht gebaut habt, und dann bastelt ihr die. Im späteren Verlauf braucht ihr immer mehr Ressourcen, und zwar formbareres Fleisch braucht ihr zum einen immer, und das andere, was ihr dann noch braucht, sind hier hochwertige Teile. Diese Ressourcen kriegt ihr aber nebenbei ständig rein, und zwar kriegt ihr das formbare Fleisch aus allen möglichen Mobs raus, die ihr hier in Shadowlands umhaut, und diese hochwertigen Teile bekommt ihr unter anderem von den Weekly-Quests, die ihr hier machen könnt. Jeder NPC, den ihr baut, hat dann immer auch eine Weekly-Quest, die könnt ihr dann einmal die Woche machen und kriegt diese hochwertigen Teile raus, beziehungsweise die gibt es auch zusätzlich dann nochmal durch Missionen. Wenn ihr eure Monstrositäten-Fleckerei hochbastelt, könnt ihr dann bei jedem Upgrade 2, 3, 4 neue von denen bauen, bis ihr am Ende Einigkeit baut. Heißt, fast alle bekommt ihr einfach durch Quests hier, Seelen rein, bauen, bis auf zwei Mobs. Und diese zwei Mobs sind zum einen Miru und Nena. Und jetzt ist es so, dass ihr Nena, ja, euch holen müsst, und zwar braucht ihr da die Monstrositäten-Flickerei auf Minimum Stufe 2, und dann müsst ihr hier nach oben gehen, auf die Koordinaten 69, 40. Dort oben ist dann ein Käfig, wo die Seele von Nena drin ist, und direkt daneben, wirklich 5 Meter weg, so ein Elite-Licht, der hat, glaube ich, so 60, 70k Leben, der ist nicht sonderlich stark, den bockst ihr um, der droppt einen Schlüssel, geht zu Nena hin, macht den Käfig auf, quatscht sie an, kriegt eine Quest, dann müsst ihr sie nochmal anquatschen. Ich wollte schon lostigern, dachte, ich bin fertig, ihr müsst sie nochmal anquatschen, dann seid ihr mit der Quest fertig, die gebt ihr hier ab und dann könnt ihr Nena auch bauen. Easy. Den zweiten Mob, den wir haben, Miru, den müsst ihr euch auch besorgen über eine Quest, und da müsst ihr hier runter auf die Koordinaten 24, 31, etwa hier ist der Eingang, und dort müsst ihr in so einen Höhlengang rein. Und da habe ich, naja, genau, hier habe ich mal das Ganze aufgenommen, wenn ihr dann da reinkommt, dann habt ihr quasi einmal hier diesen Gang, und dort gibt es dann zwei Ketten, die ihr drücken könnt, eine Kette ist hier hinten, die macht hier eine Kiste auf, und eine Kette ist hier etwa, die macht hier ein Gitter auf. Und ihr müsst die Kette hier drücken, also ihr müsst hier nach rechts laufen, hier die Kette drücken, hier geht das Gitter auf, da ist dann der Mob drin, Miru, und da müsst ihr eine Quest machen, dass ihr den Boss hier tötet, und dann geht es halt auch zurück zur Monstrositätenflickerei, und dann habt ihr quasi Miru, ne, mehr ist es tatsächlich nicht, warte mal, wir können mal hier ein bisschen vorspringen, da bin ich, glaube ich, irgendwo reingelaufen, ah ja, da hinten war es, glaube ich, irgendwo, ja genau, hier haben wir diese Kette, seht ihr das, und die müsst ihr quasi runterziehen, die können wir einfach hier runterziehen, diese Kette, und dann geht quasi das Gitter auf, ja, können wir hier mal ein bisschen vorspringen, ihr seht schon hier auf der Map, da haben wir dann einmal die Quest drin, und die können wir annehmen, und dann müssen wir den Boss töten, und mehr ist es eigentlich nicht, genau. Gut, und sobald ihr dann die beiden Extrasälen quasi hier auch noch gebaut habt, habt ihr das Achievement, ja, also, ihr braucht das Minimum auf Stufe 5, dass ihr quasi alle anderen bauen könnt, und die einen beiden müsst ihr quasi noch einmal suchen und dann craften. Sobald ihr das gemacht habt, habt ihr das Achievement, und es gibt zusätzlich, seht ihr als Belohnung, Reittierbelohnung, auserwählter Taurerlust. Ja, das war's dann für den kleinen Mountguide, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen, sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr Puzzis gewertet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal, Ciao!